Was geht ab leute seien es wieder da mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 915. Der Titel des Kapitels ist Stadt der Beamten. Auf dem Cover sehen wir Bellamy, denn dieser gibt sein Piraten Dasein auf und verkauft nun gefärbte Sachen. In der Beamtenstadt findet ein Sumo Turnier statt, Urashima ist zusammen mit einem Mausgifter dem Nutzer eine Maus Smile, dieser empfiehlt ihn sich Kiku mittels Gewalt eigen zu machen, da dies als Nachfahrer eines Samurais sein gutes Recht wäre. Urashima wirft daraufhin sein Essen auf den Boden, eilt zum Besitzer des Gasthofes und verlangt, dass er seinen Waschbär den er als Haustier hält als Gericht zubereiten soll, weil Urashima Waschbär mag. Tama wird zu einem der Hauptdarsteller gebracht Holdem, dieser hat einen Löwensmile und ließ Tama aufgrund ihrer Fähigkeit entführen Tiere zu zähmen. Er ordnet einen seiner Untergebenen an ihre Backen zu kneifen. Ruffy und Co. kommen am Stadttor an. Ruffy ruft natürlich sofort und laut, dass sie hier sind um Tama zu retten, doch Kiku hält ihn auf. Einige Ronin wurden durch Ruffys Gebrüll angelockt, doch werden nun durch Klein Königs Haki ausgeschalten. Im Zentrum der Stadt kommt ihnen ein Sumoringer entgegen geflogen. Es gibt ein Turnier, wo jeder 500 Goldstücke verdienen kann, der in der Lage ist Urashima zu stürzen. Dieser bemerkt Kiku und ist sofort davon überzeugt, dass sie hier ist um seine Frau zu werden, was seine weiblichen Fans verärgert. Er befiehlt seinen Schülern Kiku zu ihm zu bringen. Kiku will sich hinter Zorro verstecken, allerdings ist sie viel zu groß dafür, auch unternimmt dieser nichts, weil er keine nackten Männer schneiden will, weshalb Kiku einfach ergriffen wird. Urashima spielt sich auf, dass es unter seiner Gnade fällt, wer hier unter den einfachen Bürgern und Dienern lebt oder stirbt. Doch als er Kiku in seine Arme schließen will, zieht sie ihr Schwert und schneidet ihm den Haarknoten ab. Ruffy ist begeistert, weil es endlich interessant wird. Hier gibt es von Radon aus dem AP Forum noch ein paar weitere Zusatzinfos. Apropos, der Spoilertext ist vom Pi Report. Bellamy arbeitet mit einem alten Mann und einem Kind. Er malt Jory Rogers, der alte Mann schlägt ihn, sobald er Fehler macht. Mausmann, der Smile-Monster, sieht aus wie Topo Gigio. Der Tanuki ist nicht Chopper, sondern wirklich ein Waschbär. Der Löwenkopf bei Holim ist wie eine große Gürtelschnalle. Der Löwe hat seine eigene Persönlichkeit, so greift er Hold'em an und schnappt nach seinen Eiern. Love Ruffy stoppt einhändig die Sumo-Ringe, die auf ihn zufliegen. Diese wurden von Urashima besiegt. Dieser besiegte auch im Handrunddrehen, als er Kiku sagte sofort 3 weitere Samurai. Naja gut, die Spoiler sind momentan alle nicht ganz so geil. Gucken wir mal, wann der Wano-Arc wirklich mal in Fahrt kommt. Ich habe auch schon einen Spoiler-Pick von dem Hold'em gesehen. Er ist ein ziemlich muskulöser Typ mit einem dickeren Bäuchchen und hat halt wirklich einen Löwenkopf um seinen Bauch. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber ich denke mal mit Rüstungshake könnte der recht stark sein. Man sollte ja auch als Headliner, also hm. Und dem Mausmalen-Nutzer, naja das sieht halt wirklich sehr sehr komisch aus. Also, wie sage ich es denn nicht, ziemlich hässlich, mit großen Mausohren. Ja, ist wohl sozusagen einfach so der kleine Spion, beziehungsweise ja, der der versuchen soll böse Leute im Voraus zu entdecken für Kaidu. Momentan noch nichts wirklich sehr sehr spannend, ich hoffe trotzdem die Spoiler haben euch gefallen, deswegen halte ich das Video auch schön kurz. Wenn ja, wisst ihr ja wie immer, einmal auf den Abo-Button klicken, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wenn dem so ist, einmal auf die Glocke klicken für die Notifications, wisst ihr ja, wie immer dasselbe Spiel und natürlich einen dicken, dicken Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall freuen, hilft auch diesem Kanal-Kanal sehr. Ja, und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und haut rein, tschau. SHUT YOUR MOUTH!